Achso, na gut, das ist dann ja... Ah, dafür ist die HDD gar nicht mal so langsam, wa? Ne, das geht sogar, ja. Ich glaub, die Karten wurden schon so oft benutzt auf der Festplatte, dass sich das schon irgendwie extra hervorgehoben hat oder so. Was mach ich hier grad? Ich renne irgendwie nur im Kreis, weil ich kann nichts machen. Hat sich schon richtig eingebrannt, wenn du... Warte mal, warte mal. Was ist das für eine Scheiße? Als ob das nicht geht, mach das nochmal. Ja, jetzt ist ja er erstmal noch. Achso, ja, stimmt ja. Ich hab gar nicht dran gedacht. Eigentlich müsste der gehen. Ja, aber da können die gegen schlagen. Ja, gut. Aber die können's halt kaputt schlagen, ne? Er laden es dicht erst mal kurz. Auf jeden Fall hören wir's, wenn die kommen. Ja, dann. Dann könnte man nämlich da oben zum Beispiel sein C4 hochwerfen. Easy. Ich muss Tiefenschärfe noch. Tiefenunschärfe heißt das ja, ne? Ich glö... äh... Ich bin tot. Perfekt, dann kann ich's jetzt machen. Irgendwie Tiefenschärfe beim Zielen. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Das ist auf jeden Fall übelst der Rotz. Meine Waffe soll scharf sein, wenn ich... ...ziele. Die Frage jetzt, wo ist das? Bei Grafik. Unser Ladebildschirm wird gleich ins... ...in die Ewigkeit gezogen durch den einen Typen. Ja? Ja, guck mal. Der ist gerade neu connected. Wenn du mal irgendwann deine Festplatte auseinander nimmst, ist da einfach diese Karte drauf zu sehen. Von oben. Ja. Von oben. So ein... ...so ein Umriss der Wände. Na komm, Drone. Ah, fuck. Weißt du, man kann hier noch vorn gehen ohne zu sterben? Ja. Nur ich nicht. Weil ich... ...Schrot spiel. Weil ich... Weil ich halt nicht treffen kann. Ja, klar bist du gleich tot. Ich hab auch so ein perfekte... Digga, was ist effen? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf eindliche Aktionen vorbereiten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Kerle ist an! Oh, ich hab ihr angehittet. Hahaha. Geil. Alter. Oh! Ey, ich hasse Menschen, ne? Hm. Der war doch gedowned. Ja! Huh! Markier mal den Schärfer. Ich werde noch getriegt von Spakal. Oder ist Spakal tot? Äh, ne. Ich glaub nicht. Ah, das war sehr klug. War heftig. Oh, Digga. Warum heißt das Ding... Warum sagt's dir mal Kiva? Das kenn ich unter was anderem. Ich muss mal da links in die Tür einwerfen, dann denken die, du stehst da hinter. Da. Zum Beispiel. Hör doch, hier hast du einen Schlapp an, Digga. Ja, direkt über dir ist einer. Über mir? Ja. Ja, der ist über dir. Hörst du's? Ah, perfekt. Oh, der war richtig gut. Ja, der ist echt direkt über dir. Ah. Ich glaube nicht, dass es der Teammate ist. Ja, er ist tot über dir. Eingehe ich noch. Könntest du auch hochgehen und dir dein Leben wieder aufladen. Ja, könnte es auch hochgehen und dir dein Leben wieder aufladen. Stimmt nicht, aber will ich das? Eigentlich schon, weil du bist ziemlich tot. Links, links! Oh, hast du die Steps nicht gehört? Links. Der war doch draußen. Ich hab doch... Was? Was? Das waren meine Steps wahrscheinlich. Ach ja, die verfolgen einen ja an dem Spiel, ne? Wenn man zuguckt. Da sind ja Steps und gehen nicht synchron. Cocklaunch. Ich hab keine Lust, unendlich lange im Ladebildschirm zu hocken. Hm. Eintracht reparieren. Nichts auf die Explosion Radius kommen. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Kameraübertragung laut Stationen von Missionen. Sicherheitsabstand halten. Ja. 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 War das etwa der Spawn Peak? War der Spawn Peak. Ja. Der Pfeffi putzt mir Alki die Zähne. Hu. Der Pfeffi putzt mir Alki die Zähne. Ey, man kann nicht mehr langsam gehen, kann das sein? Huui. Doch, doch. Ah, f*** dich. Es kann halt nicht wahr sein. die brauche ich auch nicht mehr spielen ich habe jetzt 5 6 schuss gedrückt und ja egal was ist was tust du ne fleisch da guck ich rein was war denn das hatte gerade das gott zwischen durch das heilungs ding in der hand ich habe geschossen und er wechselt die waffe alter geschicht was waren das für eine scheiße teilung das ding zum heilen ausgeholt das kann mehr danach erst hat er die waffe gewechselt wir haben auch schon letzte runde gewonnen verloren kann ich nur wenn ich alleine aufnehmen und kathol haben aber an cut ist auch langweilig bei manchen spielen nicht da ist einer der stark spring mal hoch zu ihm gehen wir hoch ne der wachbild kaputt die beobachtet passt ganz genau operator gesperrt der operat ah ne kackern ist auch dabei wurde aus dem match entfernt hat gut dann und ich kann ich kann ich kann mit in im 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 kackern ist draußen alter was das war schild ich habe die ganze zeit in die tür geguckt es hat sich nicht eine menschenseele bewegt ich glaube von blitzer schildes aus pappe hält nicht mal software kugeln er ist gefürztet er ist einfach komplett aber er denkt er ist durchsichtig er hat nur schießen nur drücken seine waffe schwebt das gesehen eigentlich ist der sinn der von ersch nicht durchs fenster zu kommen könnte es mir auch wieder herren alles geräusch warte 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 ach so stimmt ja du hast ja extra so ein operator jawoll na hör mal wo ist er in teamwork ist das gewesen wer hat denn den schilderfer digga ja wir nicht der russhaus hier irgendwo jawohl das war ein bisschen gefett fingert alter wie gewinnen die runde lief gut aber jetzt läuft scheiße wenn ich dir jetzt noch mal spiel egal machen wir trotzdem dieses dumme ist aber mei alter warum guckt er eigentlich nur auf mich und da bekommst du den rückschuss nicht klar war ich habe nicht mal gesehen er schießt wahrscheinlich mit seiner stirn jetzt voll in dir hinder was wo ist er wo ist er denn ich habe ihn nicht gesehen ich habe nur kugeln wo ist er denn jetzt kommt er tack jetzt reingehst du tot er lebt er bestimmt auch wenn ich jetzt den lümmel schieß mal den lümmel in die tür da so rein und dann kriegt er abends fuze geht vor und jetzt rinder der hat in der tür gehockt ja ich habe es gesehen es kommt verlängerung ich feiere halt auch dass wir dem schnipper russen der durch rauchgranaten gucken kann die rauchgranaten weggenommen haben ne echt aber das ist doch schon übel lange vielleicht hat er mittlerweile auch welche wieder warum sollte man den spielen denn ich weiß es nicht der hat übel lange keine rauchgranaten gehabt ja ich spielen ja nie aber das ist doch seine einzige fähigkeit ja aber das ist halt seine fähigkeit wir sind hier bei ubisoft das ist ja als wenn du jetzt sledge dein hammer wegnimmst das ist wie deutsche politik du weißt was ich meine ne ja das ist wie deutsche politik das ergibt einfach keinen sinn oder finca hat halt nur noch den boost und er sieht halt nur so aus aber der macht nichts mehr so in etwa ja meinst du die sieht ja einer? oder jakal kann seine kann seine komische sicht da anmachen aber er sieht nichts mehr hahaha er kann einfach nur den modus umstellen ich bin hier auch nicht sniper links rechts rechts headshot lebst du noch? ich habe ihn gefällt du hast ihn getrefft getrefft wollen wir da oben reingehen? äh ich würde es nicht machen aber wir machen das da sterben wir bestimmt wieder klar sterben wir wie ich uns kenn wir können ihn ihmchen hier machen ja da wird schon geschauscht wir brauchen wir hier ein fenster hin hahaha wo denn? wo schießt ich denn ne? äh da ich kann ja gar nicht ne alter sterb doch ist er tot? nee ich seh da auch nix weg ich will da nicht reinhüppen äh ja schmeiß mal dahin nein ist er tot? nee er ist weg ey wir sind die letzten beiden wir sind die letzten beiden ja ja wir müssen was machen hier durchs hauptfenster ah ne scheiße es ist ja hier oben äh ja ok er schießt aufs fenster da ist hier safe? ja ja aua he oh fuck ah man ah hinter uns er ist da wie ist er da auch einmal hängen gekommen? frage ich mir eigentlich schon wieder was? als ob man da rüber gehen kann oh nein ich rüstung kostenlose rüstung willst du jetzt scheißen gehen oder was? was? ich will scheißen? ich konnte grad vorhin nicht zuhören als du irgendwas gelabert hast hä? wer will scheißen gehen? warum soll ich scheißen? ich geh doch jetzt nicht scheißen ich hab keine ahnung hätte da sein können drone ich hab ja ne schrot na hör mal ist alles zwar mit drohnen ich hab gesagt du bleibst jetzt stehen was ist mit dieser schrot? ich schieß überall hin außer da wo man hin zielt alter ey spawn peeken ja ich hab den schrot mach doch was macht der da? na guck zu fallen uuuhu alter oh was tut er es? hör auf damit Ihr seid zu kacke alle, ne? Ja, verloren, ne? Ne, wir haben gewonnen. Hä? Ne, haben wir nicht. Ne, ich mein, wir haben jetzt die Runde gewonnen. Also ganz gewonnen haben wir immer noch nicht. Leider. Fall. Ja. Ne, na, so lange wie die Batterie das kann. Ja. Naja, hä? Steht das nicht drauf? Also man kann sich so, hä? Ja, man kann sich halt ausrechnen. Ja, aber wen interessiert's? Ich weiß es nicht. Alter, ganz ruhig. Der schießt hier. Warum schießen wir? Da wär's können. Seit wann ist eigentlich hier ein Fenster? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab'n Haus. Da ist immer schon Fenster. Ach, komm weg mir, Magi. Ich hab'n Haus. Da ist immer schon Fenster. Ach, komm weg mir, Magi. Ich sehe, wo du dich versteckst. Ich bin auf der Garten. Ich bin auf der Garten. Ach, ich bin recht. Hä? Ich habe Angst, dass einer von hinten gekommen ist. Ja, genau! Als Opfer das noch verlieren. Ja klar, verlieren wir das noch. Stinkst du denn? Was, stinkst du? Ja. Auch das. Unser Team ist echt schlecht, ne? Ja. Und wir beide sind gar nicht mal so schlecht wie die... Ja gut, der eine ist alle und disconnected. Hm. Mensch, da reißt der noch. Hab keine Lust mehr, ne? Der disconnected gleich wieder. Ne, nix gegen hier. Schallspiel. Dreck.